Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du ganz easy dein Objektiv reinigen kannst. Das kann man auf zweierlei Arten machen. Das leichteste ist, man nimmt sich einfach einen Lenspan und als erstes geht man dann mit dem Pinsel über das Objektiv drüber, um die ganzen feinen Sandkörner und Staubpartikel loszuwerden. Danach haben die Lenspans meistens so ein filzbeschichtetes Ende und da kommt dann so eine leichte Flüssigkeit raus, mit der man dann das Objektiv bereibt, damit auch wirklich die Fettflecken und alle rausgehen. Wenn man das gemacht hat, geht man dann einfach mit einem Brillenputztuch oder so darüber, um den Rest, der noch drauf ist, abzuwischen. Dann müsste das Objektiv auch schon sauber sein. Dann gibt es aber auch noch eine Methode ohne den Lenspan. Die ist ein bisschen gefährlicher, denn wenn man die zu oft anwendet, dann könnte das Objektiv davon ein bisschen kaputt gehen und zerkratzen. Und zwar, man nimmt sich so ein Wattestäbchen und tunkt das in ein bisschen Wasser und macht dann so leichte kreisförmige Bewegung und geht dann so über die Fettflecken, dass die alle weggehen. Dann nimmt man sich ein trockenes und wischt die dann alle weg. Aber das verschmiert etwas und das geht dann auch nicht ganz weg, wenn man es dann abgetrocknet hat. Aber dafür geht es dann nach einiger Zeit weg. Aber der Lenspan ist da sicherlich die beste Lösung. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen, wie man Objektive gut säubern kann. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.